Jeden Morgen um 6 Uhr Tante Klara mit ihren Gedüchten, mit ihren Märchen, mit ihren Versen Heute mal morgens früh um 6 Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex Morgens früh um 7 schert sie gelbe Rübe Morgens früh um 8, du, da wird Kaffee gemacht Morgens früh um 9 geht sie in die Scheune Morgens früh um 10 holt sie Wollt und Spiene Feuert an um 11, kocht dann bis 12 Fröschlein, Krems und Fisch Kinder, Leute, Erwachsene Kinder, Leute, Erwachsene Kommt alle zu Tisch Kinder, Leute, Erwachsene Gott, Leute, Erwachsene Untertitelung des ZDF, 2020